Learning by Do It, so habe ich das eigentlich in meinem ganzen Leben gemacht. Seit dieser ersten geschäftlichen Reise meines Lebens bin ich immer auf der Suche nach interessanten Geschäftsideen. Allerdings nicht gezielt, sondern indem ich bestimmte Entwicklungen beobachte und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehe. So ähnlich wie ich damals durch Zufall auf die Idee mit den Klamotten gekommen bin, war es 20 Jahre später mit den Häusern hier in Südfrankreich. Nach dem Abschied von Onkel Sam bezogen, kamen und ich eine Wohnung in Monaco und kauften uns parallel dazu ein Haus in Saint-Paul-de-Vence. Ein sehr schönes Städtchen ein paar Kilometer außerhalb von Nizza. Wir nahmen uns ein paar Wochen Zeit und richteten das Haus genauso ein, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Es sollte unsere Zufluchtsstätte für die nächsten Jahre sein, wenn uns die Bude in Monaco am Wochenende zu eng wurde. Alles wurde schließlich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und was einem selbst sehr gut gefällt, das will man natürlich auch vorzeigen. Da! Ober! Ja. Business, Leute. So geht das. Ohne Moos, nix los. Ohne Knete, keine Väter. Genau. Mal gucken, wer stört. Den scheißen wir jetzt erstmal zusammen. Was? Schlecht geht's. Ich bin gerade mein Buch am Lesen und bin gerade erst auf Seite 3 und bin schon seit 3 Stunden dran. Ja, lass uns später telefonieren, wenn ich beim Mittagessen bin. In 2 Stunden oder so. Ciao. Daher schmissen wir nach dem Einzug die ein oder andere Grillfeier für unsere neuen Bekannten aus Monaco. Diese Partys in St. Paul waren im Grunde unser Entree in die Society. An einem dieser fröhlichen Barbecues erzählte uns ein Makler im Vertrauen von einer riesigen Villa in Cannes, deren Besitzer den Offenbacher gemacht hatte. Also insolvent ging. Das musste ich mir mal ansehen. Auf den ersten Blick sah man schon, dass der Eigentümer pleite war. Das Haus war total runtergekommen. Überall bröckelte der Putz von den Wänden. Aber auf den zweiten Blick war das Gebäude ein wahres Schatzkästchen mit 600 Quadratmeter Wohnfläche. Auch wenn hier noch eine Menge Arbeit vor mir lag, zu diesem Preis, der hier aufgerufen wurde, musste ich einfach zuschlagen. Knapp zwei Jahre nach unserem sonnigen Start in unser neues Leben wurde uns jedoch St. Paul ein bisschen langweilig. Und wir verkauften das Haus kurzerhand mit einem anständigen Gewinn weiter. Von dem Geld erwarben wir eine Immobilie in Ramatuel, etwa 100 Kilometer südlich. Parallel dazu entwickelte sich das Ding in Cannes zu einem echten Märchenschloss, in dem sich Carmen schon als Rapunzel reloaded sah. Irgendwann, nach ein paar weiteren Jahren zwischen Monaco, Ramatuel und Cannes, klopfte plötzlich ein berühmter Formel-1-Fahrer an die Tür. Wir hatten ihn einige Zeit vorher kennen und schätzen gelernt. Und seine Frau hatte sich in das Anwesen in Ramatuel verliebt. Also verkaufte ich auch dieses Haus. Natürlich mit einem kleinen Aufschlag. Als ich diesen Vertrag unterschrieben hatte, ratterte mein Kleinhirn auf Hochtouren. Daraus ließ sich doch ein eigenes, ganz neues Business aufziehen. Gerade mit meinen Kontakten. Und gerade an dieser Küste, an die es naturgemäß ziemlich viele Menschen mit ziemlich viel Kohle zieht. Die meisten von denen, egal ob nun Rennfahrer, Unternehmer, Oligarchen oder Ölscheiß, sind sowieso viel zu bequem, um komplizierte Skizzen von Grundrissen zu studieren, sich mit Fliesenlegern und Klempnern herumzuärgern oder sich auf schmutzigen Baustellen herumzutreiben. Die wollen einfach nur fix und fertig eingerichtete Nobelwillen mit allem drum und dran. Ich dagegen war mir nie zu schade, mich zur Not selbst auf den Bagger zu setzen und eine alte Begrenzungsmauer platt zu machen. Also mein erster Tipp an euch lautet, ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Wer zu schnell zufrieden ist, der läuft Gefahr, alles zu verlieren. Es ist im Leben wie im Fußball. Natürlich kannst du ein Spiel auch mal 1 zu 0 gewinnen. Aber die Gefahr, sich kurz vor Spielschluss einen einzufangen, besteht fast immer. Also lieber nicht nachlassen und versuchen, das zweite Tor zu machen. Also lieber nicht nachlassen und versuchen, das zweite Tor zu machen.